Don't jump! Don't jump! Oh man ey, also mit dem Schiff... They're near center and don't jump, okay? Schüttelt total durch! Das Schiff ist ja mal total kaputt! Was ist denn? Was geht denn? Gefährlich, ja... Warte mal, Sweeties steuer du mal! Vielleicht geht's ja bei dir besser! Nein, das ist ja total magie! Jetzt bin ich mal gespannt! Oh, jetzt ist ruhig, oder? Ja, wirklich! Dank bestimmt an dir! Die besoffenen Fahrer, hä? Irgendwie Ironie, oder? Ja, die volle Sau am Steuer, da wackelt alles und jetzt kommt der nüchternes Video... Ah, die wackelt glaube ich für uns, guck mal! Ja! Warte, nee, 20 Meter! Vielleicht haben die Koreaner im Wasser gefunden! Und gleich versenkt! Das ist glaube ich die Hai-Grafik-Insel, ne? Das ist die, die... Bomben-Grafik-Insel hier, glaube ich! In der Tat, das ist sie! Schnell weg da, bevor mein Rechner zusammen kracht! Ja, da kommt das Schiff wieder ins Schlingern! Dabei habe ich... Nein, ich habe halt ein Hai-Hand-Rechner! Das war's mich so deprimiert! Tja! Aber bei der Insel, ne? Ja, da ist schon was geboten! Also ich finde es immer wieder beeindruckend, da rumzufahren, ey! Das ist einfach nur Wahnsinn, das Teil! Das müssen wir uns demnächst nochmal aus der Nähe anschauen! Kein Scheiß! Boah, das war's! Grüß Sie, du nimm'ne Harpune! Nee, lieber nicht! Am Ende gibt's noch ein Unglück oder so! Zack! Hat da ein Loch in unser Schiff gebohrt!